nicht BW Englübers hat Interesse Englübers hat Interesse genau Nenik nicht komm schon alles gleiche FBR wetten Deppi lass das doch mal sorry so äh seid ihr alle vollständig eventuell dann lasst ihr vor ich war bei dir mit ja ich ich war vorne ich belade ihn jetzt ich muss kurz hier den Kofferraum rein machen really Deppi steigt mit in woanders ein warum willst du bei mir mit einsteigen bitte kein Off-Topic das ist kein Off-Topic er will bei mir im SVT einsteigen ja was soll ich dann entschuldige aber danke fürs mit einladen ich würde mal sagen highway links oder rechts oder rechts oder links oder rechts ja 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 aber wo geht dann links weiter die Route ich weiß nur äh rechts zur Routewand ja du bist nur ein PD gewesen ja das war vor drei Wochen was dich wundert wie so fettes LVPD kann ich frage hier flippe ich den manchmal gerne hier flippe ich den manchmal gerne so wie jetzt so wie jetzt ich krieg ihn hab den drauf ohhh oh man ey war's da ich hab's drauf ich hab's drauf der flippt bei mir nicht der flippt bei mir nicht der flippt bei mir nicht und deine Muten Mama ok die wird auch reingetragen haha Shadow fahrt immer vor einfach mit Profis ah der kann ja nicht fahren einfach mit Profis arbeiten einfach mit Profis arbeiten wo du war wo wir Outlastroute gefahren sind wo wir Outlastroute gefahren sind ja ne ich bin froh ich bin froh dann komm irgendwie aus der Ecke ein paar Wartlers und dann sitz ich auf dem trockenen ich bin froh ich bin froh ich fahr schon mit Vollkarache 140 mehr geht nicht ähm ich halte das Tor ich bin nicht beim Tor ich bin beim WT SWT bitte weiter also ich weiß nicht wieso wieso so wenige jetzt wieder allgemein Teilnehmer an Aktion ich bin wundern dass ich überhaupt teilgenommen habe weil ich eigentlich nicht so viel Zeit habe nein mal SDVO hier ja ich gebe SDVO und Falsstraßenseite und Nitro ohne Gurt dann gebe ich nur warte ich brauche noch die anderen SDVO fahren ohne Gurt auch ne Tent fahr ordentlich fahr nur zu Shadow fahr nur zu Shadow ja da fahr ich nicht runter dann flippe ich den ganz sicherlich und dann noch fahr ohne Gurt noch einen hat er elf Stück bekommen fahrt man nicht so weit vor fahrt man nicht so weit vor fahrt man nicht so weit vor ne ja nirgendwo die haben sich verpisst da da ist es vor live 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 ich bin noch hier ich warte ja ihr sollt am SWT sein ey da Shadows Route und ich bin dem Shadows gefolgt und da war ein schöner Baldest gerade na super da ist es vor live 3 also es funktioniert echt grad gar nicht weiter wieder dort keiner gesehen läuft Streifenbereich 1 gewechselt TOM 21002 ist zu öh die ist zu zu ZUSABD Streifenbereich 1 gewechselt streifenbereich 1 gewechselt bs.stvo los 1 ich wogh äh ach ich wogh 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 ich wogh